Ja und damit herzlich willkommen zurück zur MU-Legend hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind, so wie ich das sehe, im Emberwald fertig und wir gehen ins nächste Gebiet, wenn das hier Weißbecken ein Gebiet sein soll und kein Dungeon. Schauen wir mal. Du kannst dir Belohnungen verdienen, indem du den Schwierigkeiten des Dungeons erhöhst. Ja. Tatsächlich, neues Gebiet. Schön. Gehen wir mal hoch zum Questgeber. Hallöchen. Ihr seid berühmt, sogar die Zwerge kennen euch. Was führt euch hierher? Was kriegen wir denn? Karma-Schultern. Ich komme gleich zur Sache. Sie haben es auf die Minen. Sie wollen nicht die Hauptstadt, sondern die Minen. Was ist das? 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 Was will er? Es stört mich nicht, ob ihr Ritter oder Händler oder sonst was seid. Alles, was ich will, ist Belbifell. Ich zahle gut. Da fließen die Taler. Wenn ihr Angst habt, dann zieht doch weiter. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Was können wir denn? Slebt ja immer nach vorne. Was bist du? Ich habe die Liebenden Bäume, von denen er gesprochen hat. Okay. 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 Gut, dann geht's mir wieder. Ich hab ne Spucke hier oder was? Ein Ent. Ente gut, alles gut. Da am nächsten Rift. Wir machen erstmal die Quest hier ein bisschen. So, das hätten wir. So, wir werden die Gebiete aber schon größer, ne? Guck mal hier. Quest, Jagdauftrag des Überbrächer. Ne lila, ne Quest, was heißt das? Okay, dann gehen wir die Quest ab. Dann gehen wir doch in den Rift. Guck mal wie er dezent an den Gegnern vorbeigeht. Okay. Level up. Sehr schön. Aber sonst passiert auch nix. Dann, da können wir mal los. Die Schlacht am Geist der Alta ist zu Ende. Ich möchte mal wissen wo der ist. Aber ich glaube in der Aufnahme Session werden wir es nicht mehr rausfinden. Ich hoffe, dass es bis zur nächsten offenen oder geschlossenen Beta nicht zu lange dauert. Wieso geht es nicht weiter? Nicht zu lange dauert. Okay. So. Äh. Zehn, hundert Prozent. Empfohlenes Level 16. Ja, sind wir ja gerade so. Wir dürfen noch acht Mal in den Dungeon rein. Okay. Das war's für heute. 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 Oh yeah. Das war's für heute. Das war's für heute. Give me life. Give me life. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 So, jetzt aber. Lauf hier im Kreis. Dann haben wir wieder ein Level gemacht hier. Also die Rifte lohnen sich. Da geht es nicht weiter. Okay. Das ist gerade ein Schatzgoblin. Hildenabzeichen. Was ist das denn? Hildenabzeichen. Hildenabzeichen. Was ist das? Was ist das? Hier nicht. Hier auch nicht. Geht es hier weiter? Da geht es auch nicht weiter. Da geht es auch nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Okay. 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 Ich bin schon. Okay. 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 So, ich habe es noch nicht gefloden. jetzt müssen wir den boss aber langsamer kriegen weil wegen baff und so ganz schön groß hier jetzt raus wir haben was aber sehen muss man da hinlatschen hier geht es auch nicht weiter gucken wir mal nicht 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 Das war's. Ah ja Ops Ups, äh, das hat man glaub ich. Geh doch! Maaan! Acht Sekunden nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, fünf Sekunden. Nein, 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 nein. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Alter Drechsel. Jaa, Mann. Also ich müsste die Dinger da weg machen. Müssen wir jetzt hier durch? Ich glaube ich müsste mal die größeren Heutränke nehmen. Ich glaube ich kann die Dinger wegnehmen. So geht das. Äh, ne, Quatsch. Müssen wir durch hier durch. Da müssen wir durch. ... wassalam wassalam Dort Alter Bauer Hau ab Und so... Das war's. 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 Das war's.